Willkommen zu Ich kann endlich Kletch spielen und ich spiele gegen Garen. Und die anderen reden über Sausages. Also über Würstchen. Über Wurst reden ist immer geil. Kennt ihr so viel Wurst? Eure Lieblingswurst? Was für Wurst esst ihr gerne? In der Badewanne? Welche nicht so in der Badewanne? Das sind so meine Fragen. Ja ich hab Grass mit. Und ansonsten ein ziemlich crappiger AD-Rune. Oh nein ich bin alleine. Alter diese Legs auf dem PvE sind gerade echt krass. Holy shit. Hit. So geht das mit dem Klett ja? Also. Also mit dem Skull meine ich. So geht das mit dem Skull. Oh ich bin ein Gott. Klettgott. Na 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 na. Das ist übrigens first time gerade so. I will just say. Fine. Glaub den mag ich. Das ist der beste Champion. Das ist der beste Champion. Alter. Die Musik und die Animation ist doch geil ey. Ah die haben auch nen Klett. Ich mein nen Klett Jungle. Ja ich mein warum sollte man noch keinen Klett haben so ne. Ich mein das ist 2016. Wer hat denn da keinen Klett? Hallo? Klettverschluss. Klett. Äh. Der Handelscheiß. Klett Marken. Da gibt's nicht. Egal. Jetzt kommt der Klett P. Da bin ich. Weiter geht's. Weiter geht's. Klett ist hier Leute. Ich hab jetzt Ulti in 6 Jahren. Egal. Unsinn Rise. Macht mir gar nix. Achso man kann nicht überwenden übrigens. Mit der E. Bisschen schade ist. Alter die sind lags. Was ist denn los? Was? Was? Alles klar. Wo ich gestorben bin und wo er Ulti gemacht hat sind ungefähr 6 Kilometer auseinander. Geile ist halt du kannst mit dem Skull halt übel fett tanken ne. Also weil. Er stirbt halt einfach. Also er geht halt weg ne. Und man kann halt nicht unter diese Leben droppen die man. Scheiße. Os und deine E. das ist ganz schön geil als hat er das champion ich habe richtig bock darauf dass der auf die läußer kommt holy der gefällt mir voll vom spielstil hier und das muss ich sagen schon eine ganze weile her dass ich so ein champion also ich meine aurelion und telly und so die sind ganz cool aber das hier ist halt so er wird ständig mit vier auch verglichen auch also von den champion design und das finde ich ganz passend tatsächlich komm ran junge da 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 Oh, das ist geil, Alter, ey. Holy, macht dieser Champion Spaß, Mann. Halleluja. The damage. Alter, die mag ich. Aber ich muss sagen, also er kommt mir halt schon echt stark vor, so. Ja, was? Jawoll! Hahaha! Ah! Ja, du kannst mich nicht töten, du kannst nur Skarl wegscheuchen. Aber das war nicht halt, ne? Die Ulti hätte mich vielleicht getötet, aber... Oh, Minions? Oh, die Minions ban. Je, Leute! Ey, das war... Klett! Fuck, Alter, was ist das für ein Champion, Mann? Ich weiß nicht, ob man jetzt die ganzen Kills und die Aktionen gesehen hat, weil eigentlich alles nur in Legs untergegangen ist, aber dieser Champion ist ja... richtig legit, Alter! Ooooooh! Also das ist ein Champion, den ich definitiv spielen werde, der macht mir richtig viel Spaß. Ich hoffe es ganz ehrlich gefallen, schau dich gerne die anderen Videos an. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.